Ahoi ihr Lieben! Die ersten Redereien bemühen sich um Impfstoffe gegen Covid-19. Was sie damit vorhaben, das und mehr erfahrt ihr jetzt. Einer der größten Kreuzfahrtanbieter in Europa hat Mitarbeitern gegenüber angekündigt, dass man sich jetzt bemühen will um Impfstoffe gegen Covid-19. Warum das Ganze? Nicht etwa für uns Gäste? Nein, sondern für Crewmitglieder. Denn das Problem ist ja, die Crewmitglieder kommen in der Regel aus vielen verschiedenen Ländern. Und ja, dort ist natürlich nicht abzusehen, wann sie dort geimpft werden. Außerdem ist es ja so, dass Crewmitglieder zum Teil sehr, sehr lange an Bord sind. Und auch da muss ja sichergestellt werden, dass man eventuell mal während eines Einsatzes sie auch impfen kann, wenn sich der Impfstoff beispielsweise verändert hat oder so. Sowas ist ja denkbar. Die Lösung ist also, die Crewmitglieder müssten durch die Reederei geimpft werden. Und dafür brauchen sie eben Impfstoff, was natürlich nicht so ganz einfach ist. Denn die weltweite Nachfrage danach ist natürlich riesig. Dieser große europäische Anbieter geht nun davon aus, dass man tatsächlich auch erst Ende des Jahres Impfstoff zur Verfügung hat, um dann die Crew impfen zu können bei Bedarf. Also warten wir mal ab. Ja, Impfungen für die Crew als Voraussetzung, um an Bord zu arbeiten, das haben schon einige Anbieter angekündigt. Zum Beispiel die Marken, die zum Royal Caribbean Konzern gehören. Etwas sensibler sind die Redereien noch mit dem Thema der Impfung für uns, also für die Gäste. Da sind es erst wenige Anbieter, die überhaupt nach vorne geprescht sind und eine verpflichtende Impfung angekündigt haben. Aber in dieser Woche hat sich da etwas getan. Ein erster Anbieter, der auch auf dem deutschen Markt aktiv ist, hat sich geäußert. Und zwar Crystal Cruises, amerikanischer Luxusanbieter. Dort ist es künftig erforderlich, dass man spätestens zwei Wochen vor Beginn der Reise sich hat impfen lassen. Außerdem ist aber trotzdem noch ein negativer Test erforderlich und es muss trotzdem Abstand gehalten werden an Bord. Es wird mit reduzierter Kapazität gefahren und es wird auch eine Maske getragen. Also das volle Programm. Von deutschen Redereien hat man noch nichts gehört bezüglich einer Impfpflicht. Ich denke, das wird noch kommen, dass man sich in irgendeiner Form da zu diesem Thema positioniert. Aktuell haben wir natürlich in Deutschland das Problem, dass das Impftempo sehr langsam ist, sodass es tatsächlich noch einige Zeit dauern würde, bis die Mehrheit der Menschen geimpft ist, die es denn möchten. Und ja, von daher wäre es natürlich, wenn man jetzt sagen würde, so, ach, wir wollen im Mai oder Juni wieder losfahren, nur mit Geimpften. Der Kreis an Menschen wäre natürlich, ja, sehr, sehr, sehr klein. In der vergangenen Ausgabe vom Kreuzfahrt-Update haben wir mal geschaut, wie wahrscheinlich ist denn eigentlich der Start von AIDA mit den Kreuzfahrten, die man noch in den Buchungsmaschinen findet. Und ich habe jetzt heute mal geschaut, wie es denn mit dem vermutlich nur vorübergehenden Marktführer TUI Cruises aussieht. Einige Reisen sind da noch gelistet, von denen ich und viele andere natürlich ausgehen, dass sie nicht stattfinden werden. Zum Beispiel der Start der Mein Schiff 6, der ist theoretisch für den 31. März geplant in Heraklion. Im April sollen dann noch Mein Schiff 3, Mein Schiff 4 und Mein Schiff Herz folgen. Und Ende Mai dann die Mein Schiff 5. Ja, da sind theoretisch eben noch die ursprünglichen Katalogreisen zu sehen. Die werden aber meiner Einschätzung nach noch nicht stattfinden können. Denn es ist so, dass sie durch mehrere Länder gehen und das ist zum jetzigen Zeitpunkt, denke ich, noch sehr, sehr, sehr schwierig. Was aber realistisch ist, dass nach wie vor blaue Reisen weitergehen. Jetzt wurde bekannt gegeben, die Mein Schiff 1 fährt rund um die Kanarischen Inseln bis mindestens Ende April. Und die Mein Schiff 2 noch bis Ende März, Stand heute. Sicherlich wird TUI Cruises, nachdem das im vergangenen Jahr so gut funktioniert hat, auch wieder Reisen ab Deutschland anbieten wollen. Wann die allerdings starten können, das ist natürlich noch völlig unklar. Denn es ist ja noch gar nicht darüber entschieden worden, wann denn überhaupt Tourismus in Deutschland wieder starten kann. Und das ist natürlich irgendwie die Voraussetzung. Denn ich denke mal, man wird erst überhaupt die Hotels wieder öffnen, bevor dann die Kreuzfahrtschiffe wieder in deutschen Häfen abgefertigt werden können. Griechenland wäre natürlich ein weiteres mögliches Ziel für die Mein Schiff Flotte. Das hat ja im Spätsommer schon ganz gut funktioniert. Vielleicht ja mit der Mein Schiff 2. Die hätte ja nun Zeit ab April. Das wäre durchaus denkbar. 16. April ab Hieraklion zum Beispiel. Ja, kleine Haken aktuell, wenn man jetzt mal schaut, die Infektionszahlen in Griechenland, die gehen aktuell nach oben. Auf der anderen Seite ist es ja bis Mitte April dann auch noch neun Wochen hin. Also in der Zeit kann ja noch viel passieren. Hochseekreuzfahrten, das ist die eine Sache. Aber es gibt natürlich auch Flusskreuzfahrten. Und ja, im März sollte es vielfach eigentlich wieder losgehen mit Flusskreuzfahrten. Unter anderem war ja auch eine Reise mit mir geplant auf der Nico Spirit. Ende März. Ja, und die Veranstalter haben jetzt vereinzelt schon Flusskreuzfahrten abgesagt. Und es hat eben auch Nico Cruises nun die Kreuzfahrt mit mir abgesagt. Ist jetzt nicht so überraschend, solange eben in Deutschland keine touristischen Übernachtungen möglich sind. Wenn man jetzt mal guckt, die erste Reise mit der Nico Spirit ist jetzt Mitte April in den Buchungsmaschinen. Aber am Ende hängt das letztlich von der Entscheidung oder von den Entscheidungen der Politik dann ab, ob das am Ende so wird stattfinden können. Was nun eine Flusskreuzfahrt mit mir angeht, da gibt es demnächst dann Neuigkeiten. Und ja, ich sag mal so, diesmal gehe ich auf Nummer sicher mit der ganzen Sache. Das neueste Schiff, der Meierwerft, verlässt vermutlich am Wochenende Papenburg und zwar über die Ems natürlich die Odyssey of the Seas von Royal Caribbean International. Ein weiteres Schiff der sogenannten Quantumklasse. Das ist diese Schiffsklasse, die diesen charakteristischen Arm hat mit der Aussichtskapsel. Theoretisch soll die Odyssey of the Seas dann das erste Mal unterwegs sein, Anfang Mai, mit zahlenden Gästen ab Civitavecchia. Aber ihr kennt das Spiel, auch das ist natürlich aktuell mit mindestens einem Fragezeichen zu versehen. Ja, das waren sie. Kreuzfahrtmeldungen dieser Woche kompakt zusammengefasst und eingeordnet. Die zweite Ausgabe. Mich würde es mal interessieren, wie interessant war das für euch. Schreibt es mal in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dahin. Tschüss.